hallo servus grüßt euch liebe freunde auf dem kanal vom pvp ok servus noch einmal ja ich habe mir lange überlegt ob ich auch dazu ein video erstelle zu den ganzen corona zeug und es ist natürlich sehr viel was über die medien zurzeit verbreitet wird ich glaube bald ist der horizont bei uns erreicht das heißt keiner hat mehr so richtig interesse sich irgendetwas über corona anzuschauen aber nichtsdestotrotz ich habe trotzdem ein video gemacht und zwar hier in meine serie investigativ ich nenne das video corona virus covid 19 sars cov2 ein natürlicher virus kann man sich überlegen denn es gibt da einschlägige videos und beiträge die das haupt das gegenteil behaupten ich möchte da heute teile davon widerlegen und als vorwort möchte ich euch liebe leute einfach nur sagen hygiene seife langt und immer schön hände waschen das ist schon einmal die grundvoraussetzung dann türklinken einkaufswagen etc am besten mit handschuhen oder tempotaschentüchern anfassen menschensammlungen vermeiden da gibt es also sehr schöne beispiele auch jetzt und ich drehe dieses video heute am 19 dritten es sind genug leute unterwegs die im park sich rund tummeln die zu viert und zu fünft auf einer parkbank sitzen das sind alles solche sachen ich glaube ein teil der menschheit hat noch nicht begriffen um was dass es eigentlich geht und die ganzen empfehlungen die bis jetzt ausgesprochen wurden ja da hat sich keiner dran gehalten oder beziehungsweise nur sehr sehr wenige und deswegen werden halt auch die maßnahmen immer einschneidender die die bundesregierung verhängt zwangsläufig weil es halt immer irgendwelche knalltüten hier bei uns gibt die einfach alles ignorieren diese sogenannten ich menschen ich mache das was ich will ich kaufe was ich will und ich kaufe so viel wie ich will ja und da sind wir schon einmal bei den hamsterkäufen ja warum kauft ihr tonnenweistes zeug frage kauft doch für die nächsten zwei drei vier tage was ein und dann könnt ihr doch wieder einkaufen gehen man die anderen leute möchten auch gerne etwas einkaufen und nicht bloß klopapier und da frage ich mich was macht ihr alle mit dem klopapier hey da gibt es leute die haben in ihren einkaufswagen sechs pakete a 10 rollen klopapier ich frage mich wollen die das essen brauchen die das irgendwo zum abdichten hallo greift euch mal an die birne was soll denn der krampf man wir können doch jeden tag jeden zweiten jeden vierten tag könnte klopapier einkaufen gehen ihr müsst doch das nicht horten tonnenweise oder wollte das still unheimlich bei ebay für teures geld verkaufen dann könnte normalerweise angezeigt genauso wie die anderen hersteller von irgendwelchen schutzmasken anzügen beziehungsweise ja atemmasken und so weiter die das dann für teures geld jetzt anbieten die können sofort alle angezeigt das geschäft geschlossen fertig dann noch einen großen reibach machen wollen ja mit dem leid der anderen und mit dieser situation bleibt doch einfach mal zu hause rennt nicht unnötig in der gegend rum ja ich habe hier die besten beispiele bei mir in der umgebung ja die eltern haben jetzt die kinder auf dem hals die können nicht arbeiten gehen weil sie die kinder betreuen müssen ja was macht man da entweder man bringt die kinder zu onkel oma tante etc da können sie dann mit den anderen kindern spielen was ja nicht gemacht werden soll leute kapiert es doch mal endlich ihr sollt nicht irgendwo irgendwelche besuche machen und dann den virus weiter verbreiten denn der virus ist so blöd muss ich schon sagen dass teilweise die leute gar nicht merken dass sie diesen virus in sich haben ja und dann gehen sie für recht völlig irgendwo hin die letzten haben jetzt hier noch eine gartenparty gefeiert ja also ich verstehe es nicht ich kann es nicht nachvollziehen deswegen ihr werdet euch noch hundert wenn das so weitergeht dann gibt es noch eine ausgangssperre aber warum weil es eben ein paar idioten gibt die sich an nichts halten und da sage ich ganz frisch frei weg von der leber das sind einfach die haben es nicht kapiert verzichtet auf das händeschütteln und wenn ihr husten müsst aus welchen gründen auch immer dann hustet doch in die armbeuge und nicht dem nächsten spaziergänger ins gesicht oder haltet zumindest die hände vors gesicht was ja auch nicht tunlichst wäre weil ihr schüttelt ja dann doch wieder die hände mit jemanden anders oder fasst irgendetwas an und der nächste fasst es auch an und schon ist der bazillus übertragen der virus kontrolliert eure handbewegungen und fahrt nicht dauernd mit den fingern im gesicht umeinander rum gewöhnt euch das mal ab kontrolliert euch selber ihr solltet das mal schön in den griff bekommen euch mal selbst zu kontrollieren und dann merkt ihr auch wie oft ihr euch im stillen ja an die nase fasst an den mund fasst die finger im mund habt und so weiter würden sich da alle daran halten wer wohl die verhängten maßnahmen nicht so einschneidend aber interessiert ja niemanden ja zum teil seid ihr die ich menschen und da sei damit dran schuld an diesem dilemma ja dass teilweise die regale leer gekauft sind von nudeln und schlag mich totzeug muss das denn sein muss man den regal leer kaufen muss man 20 pecklen nudeln mit heim schleppen hallo wir sind alle keine großfamilien so wie was weiß ich in vorderasien hinterasien die kleine mit zehn und 15 kindern hantieren nein wir sind hier mit familien in deutschland die maximal vielleicht drei kinder haben höchstens vier und da brauche ich aber keine 20 pecklen nudeln kaufen die kann ich nacheinander kaufen und dann hat jeder die möglichkeit etwas einzukaufen kauft euch mehl kauft euch hefe könnt ihr pizza selber backen könnt ihr brot selber backen zum beispiel aber ihr müsst doch nicht horten das zeug und nachher nach irgendwelcher zeit wenn irgendetwas abgelaufen ist nimmt man es schmeißt weg weil man es nicht gegessen hat ihr seid doch so wirklich knalltüten hoch drei denkt einfach mal in ruhe darüber nach und fragt euch was habe ich dafür getan um nicht andere anzustecken beziehungsweise mich selber zu schützen und macht es einmal in ruhe und dann werdet mal sehen und wenn er still und heimlich das mal in euch durchgeht dann werdet ihr merken ihr habt so gut wie gar nichts getan oder zumindest ein teil der bevölkerung hat gar nichts getan sondern die nur auf ihr ego aus sind ich will das und ich mache das ist mir scheißegal was der staat sagt ja und bei einer ausgangssperre wird es wohl immer noch einige geben denen alles am arsch vorbei geht und es sind wohl die mit dem gehorteten klopapier sollte mir mal einer hier ein video machen oder in den kommentaren niederschreiben was er mit mit 50 60 rollen klopapier daheim macht das möchte ich gerne mal wissen ja kommen wir aber eigentlich zum richtigen thema corona virus ein natürlicher virus fragezeichen dazu habe ich zwei videos verlinkt das erste video ist von klar tv ausgesprochen klagemauer tv und das zweite video ist von norman investigativ ja auf das zweite video gehe ich nicht weiter ein braucht man auch nicht weiter darauf eingehen aber das erste video von klagemauer tv das möchte ich jetzt mal ein bisschen auseinander nehmen und ich möchte euch auch von einem us-schriftsteller berichten der in diesem video vorkommt nämlich daher den konz dieser schriftsteller hat 1981 den roman sehr die eyes of darkness geschrieben auf deutsch die augen augen der dunkelheit dieses buch in deutsch kam 1988 heraus in dem buch geht es unter anderem um einen virus der laut video die atemwege und lunge angreift das ist aber so nicht richtig denn im buch steht dass es das gehirn angreift das gehirn zermatscht und dadurch der mensch stirbt und dieser virus ist 100 prozent tödlich also stimmt schon einmal das was hier in klagemauer tv in dem video genannt wurde schon mal nicht in der urversion des romanes heißt dieser virus den er dort beschreibt gorki 400 ja und warum gorki 400 weil damals der kalte krieg zwischen russland und usa stattgefunden hat und dann hat man halt einfach die bösen russen genommen und hat den virus gorki 400 genannt in der neuauflage die 1989 erschien war der kalte krieg zwischen russland beendet und dann hat man aus dem gorki 400 den wuan 400 gemacht und als tatort china und die die ortschaft wuan wo heute ein labor steht so es ist also in dem video nichts wahres gesprochen sondern da geht man nur auszugsweise auf irgendwelche begriffe ein und bastelt es so wunderbar zusammen dass man denken könnte dieser us-schriftsteller hat die sache schon damals voll erkannt und hätte diesen korona virus beschrieben was aber überhaupt gar nicht stimmt und auch nicht möglich ist denn wenn wir davon ausgehen ja erst haben die russen den virus erschaffen und dann die chinesen da hat aber der russe glück gehabt dass es nicht bei ihm ausgebrochen ist sondern in wuan ja schriftsteller können hellseherische fähigkeiten entwickeln also der das buch oder dieser roman hat mit diesem corona virus überhaupt nichts gemein das einzige was übereinstimmend ist ist die ortschaft wuan und es ist china mehr aber auch nicht so der ausbruch des virus ja soll gewesen sein in einem großhandelsmarkt für fische und meeresfrüchte in wuan da wird also nicht nur fisch und meeresfrüchte verkauft da werden auch schalentiere verkauft ja da wird alles verkauft wahrscheinlich auch affen ratten mäuse und was weiß ich nicht alles und wenn man so einschlägliche videos sieht wie zum beispiel chinesen oder japaner ihre kleinen kinder füttern teilweise ja mit kaulquappen da muss ich mich eigentlich nicht wundern wenn dann so ein virus ja übertragen wird und dann eine pandemie auslösen kann ja das auslösende virus stammt wahrscheinlich aus dem tierbereich das nennt man dann zoonose wobei das erregerreservoir bislang nicht klar ist und man verdächtigt ja fledermäuse von denen das virus über einen zwischenwirt wahrscheinlich ein weiteres säugetier dann auf den menschen übergegangen ist geklärt ist es noch nicht hundertprozentig aber es gibt ja sehr viele märkte in china und asien allgemein und man wundert sich dann eigentlich über das ja über die tiere die dort verkauft werden ja die hänge da in der luft und was weiß ich nicht alles die hygiene ist da möglicherweise auch nicht so hundertprozentig wie bei uns auf unseren märkten und nachdem dass es ja dort in ganz asien so viele tiermärkte oder märkte gibt wo man sämtliches getier kaufen kann wundert es mich eigentlich dass art der virus noch nicht viel eher erschienen ist b dass mir eigentlich da nur einen ausbruch in buon hatten ja da könnte man natürlich dann auch wieder spekulieren warum ist er in waren ausgebrochen vielleicht schaffen wir das zu klären vielleicht wird es mal geklärt wer weiß keiner weiß es gewiss aber alle wissen bescheid und machen mit und geben die schuld china beziehungsweise irgendwelchen laboren und da kommen wir gleich mal weiter zu ihnen den zu den instituten in wohn wir haben dort ein wohn institut of virologie also auf virologie dieses institut arbeitet definitiv mit viren und arbeitet auch mit korona viren das heißt aber nicht dass jetzt unbedingt dieser virus aus diesem labor stammt muss es nicht sein und nur weil es dort in wohn ein virologie studio oder institut gibt kann man nicht einfach in dieser tv serie die ich oben verlinkt habe von klagemauer tv einfach davon ausgehen dass möglicherweise dort ein virus gezüchtet worden ist dann wird im video weiter benannt eine ja eine wuxi pharmatech ink ja diese wuxi pharmatech ink ist auch in wohn beheimatet aber das ist der name der gründer firma und der name wurde schon lang 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 geändert und die heißt in wirklichkeit wuxi abtech das heißt also klage tv hat hier auch wieder sehr schlecht recherchiert hat nur irgendwelche berichte meinungen äußerungen aus facebook aus facebook aus was weiß ich wo die das her haben einfach nur abgetippt abgeschrieben aber nichts recherchiert weil ja wuxi pharmatech passt natürlich auch wesentlich besser zum virus als wuxi abtech ja und der herr george soros ein us millionär ja hat zwar an der früheren firma an der parma also an der farma tech aktienanteile erworben das ist richtig ob er die noch besitzt wissen wir nicht aber er hat weder die firma gegründet noch hat er sie oder noch unterstützt er sie mit haufen geld um die forschung im bereich der viren zu forcieren denn diese wuxi abtech firma forscht gar nicht auf viren nein die forschen auf ganz was anderen gebieten und die beschäftigen sich also mit der niedermolekularen wirkstoff entdeckungs und forschungsdienste was das alles beinhaltet was das heißt weiß ich nicht aber sie forschen nicht an viren also hat man hier schon einmal wieder einen großen bock geschossen bei klagemauer tv klagemauer klagemauer tv ja jetzt ist mir doch tatsächlich mal platte papier hinabgefallen musste ich mich doch einmal weg tauchen ja was natürlich hinter verschlossenen türen passiert weiß ich nicht kann ich nicht nachvollziehen ich kann nur das sagen was momentan ja im internet dazu zu finden ist ja dann gibt es bestimmte aussagen in diesem video von klagemauer tv das führende virus experten ja was festgestellt haben fangen wir mal der reihe nach an virus wie ja ja virus experte und führender corona virus forscher der trevor bedford also das ist wirklich ein koronaler virus forscher beziehungsweise ja virologe wir haben beweise dafür dass die mutation im virus vollständig mit der natürlichen evolution übereinstimmt also keine künstliche erzeugung dieses virus das sagt dieser corona virus forscher der herr trevor bedford so man kann ihm glauben man muss ihm nicht glauben also es gibt ja viele sachen wo man früher geglaubt hat und dann 20 jahre später wurde man vom gegenteil überzeugt also ich glaube ihm jetzt erst einmal dass dieser virus so wie er jetzt momentan bei uns grassiert nicht aus einem labor stammt der herr doktor allen cantwell das ist aber kein virologe ja in klagemauer tv wird als virologe bezeichnet sondern ist einfach ein pensionierter arzt und der hat nachgeschaut und war in der wissenschaftlichen datenbank in der publikation pub oder pub m ja abgekürzt und da hat er festgestellt dass also sehr wohl medizinische und militärische labors seit 1987 gentechnische manipulationen von konara coronaviren sorry durchgeführt wurden beziehungsweise werden ja das ist richtig da muss man eins dazu sagen die coronaviren erforschen ist wichtig es gibt also derzeit sieben verschiedene coronaviren coronaviren sagen wir mal suchen und wenn jetzt die institute nicht mit dem coronavirus experimentieren würden oder ihn erforschen würden dann hätten wir auch kein mittel gegen SARS dann hätten wir gegen die anderen coronaviren auch keine mittel und deswegen wird an dem coronavirus geforscht und dazu gehört es natürlich auch dass ich hier manipulationen an dem virus vornehme um festzustellen wie reagiert dieser virus auf bestimmte umstände um dann ein entsprechendes gegen mittel herstellen zu können also da haben sie zwar recht ja die klage mauer tv sender aber das hätte man auch vielleicht mal im tv sender ansprechen können oder in dem virus in dem video wobei natürlich diese datenbank also diese wissenschaftliche publikations datenbank pub m in der abkürzung genannt ist eine datenbank die mit vorsicht zu genießen ist denn da sind viele fakes drinnen enthalten die sollte zwar mal ausgemistet werden und sollte überprüft werden aber das ist wahrscheinlich auch noch nicht so richtig durchgedrungen und hat man auch noch nicht so richtig gemacht ja und weiter geht es hier mit einem dr james lyons weiler ja der wird auch in klagemauer tv als virologe bezeichnet der aber keiner ist es kann nur durch ein entsprechendes labor dieses einzigartige fragment dem virus hinzugefügt worden sein ja sagt er dieser dr james lyons weiler ja also er hat da irgendeine komponente angeblich in dem virus gefunden wie er die gefunden hat weiß ich nicht und die könnte nur durch ein entsprechendes forschungslabor hinzugefügt worden sein aber dieser gute dr james lyons weiler er hat aber nie eigene forschungen durchgeführt und überall wo er in irgendwelchen publikationen auftaucht steht er an letzter stelle und das bedeutet dass er nie geforscht hat sondern er hat nur irgendwelche mittel parat gestellt oder bereitgestellt oder irgendwelche unterstützungsleistungen getätigt aber er selber hat nichts geforscht ja dann gibt es natürlich auch noch registrierte patente auf verschiedene coronaviren so das wird natürlich auch angeführt dass es patente gibt und damit verweist man da drauf in klagemauer tv dass wenn es also dementsprechende patente gibt dann ist auch nachgewiesen dass man heimlich oder wie auch immer coronaviren erforscht hat beziehungsweise dass man versucht hat sie zu manipulieren ja aber diese patente die sind wichtig für die einzelnen institute weil man sich auf dieses virus was man entdeckt hat b was man verändert hat impfstoffe hergestellt hat und das lässt man sich mit dem virus patentieren und es gibt wie gesagt derzeit sieben verschiedene coronaviren die patente gelten für abgeschwächte versionen bestimmter coronaviren aus denen impfstoffe entwickelt werden können das patentierende labor kann diese abgeschwächten viren an andere labore verkaufen die damit dann forschen können das patent ist nötig damit nicht andere labore mit raub kopierten viren geld verdienen so jetzt wisst ihr das auch also man kann man kann die wahrheit schon so drehen wie man es braucht das hat man jetzt hier bei klagemauer tv wunderbar gesehen sie haben zwar nie ausgesprochen dass es so ist sie haben immer ein fragezeichen dahinter gehängt ja logisch behaupten kann man auch nichts wenn man was behaupten würde müsste das beweisen können aber die wollen ja eigentlich auch nichts beweisen die wollen einfach nur ja auf dieser corona welle mit schwimmen und dementsprechende abonnenten generieren beziehungsweise klicks generieren view zeit generieren und und ja dadurch machen die natürlich auch geld und et cetera und so weiter und so fort ja ich hoffe ihr lieben leute ich konnte euch hier einmal etwas wichtiges mitteilen was über diesen corona virus so momentan wichtiges im internet zu finden ist beziehungsweise was hier klagemauer tv ja erarbeitet hat und zwar schlecht erarbeitet hat muss ich ganz einfach so sagen also die sind auf einen gefährlichen trip würde ich sagen geht meines erachtens schon leicht an verschwörungstheorie heran wenn man also solche ja nicht ganz wahrheiten so zusammensetzt dass der zuschauer glaubt das stimmt alles was die erzählen ja dann schaut doch bitte in die video beschreibung ihr findet dementsprechend die zwei links zu diesem video einmal das video was ich jetzt besprochen habe klar tv beziehungsweise klagemauer tv das erschien glaube ich am 12 dritten 1920 und das zweite video was ich euch ans herz lege euch anzuschauen was relativ interessant ist und ja ich sage jetzt einmal nicht unbedingt ein hirn gespinst ist sondern es sind tatsachen die dort angesprochen werden die tatsächlich stattgefunden haben und deswegen solltet ihr es euch auch mal anschauen und es ist von normen investigativ und es kam am ersten dritten 2020 heraus ja und dann bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen liebe leute ich bedanke mich für die zeit die ihr euch genommen habt mir zuzuhören und zuzusehen es würde mich freuen ihr schaut in die video beschreibung rein ihr findet auch noch mal einen link der meinen kanal betrifft und ihr könnt natürlich mein kanal weiterempfehlen abonniert mein kanal wer es noch nicht getan hat macht die glocke an informiert eure bekannten verwandten freunde et cetera über den kanal pvb ok dass da hin und wieder doch auch einmal bisschen etwas interessantes drankommt außer shooter spiele oder survival games würde mich natürlich freuen wenn ich dementsprechend neue abonnenten begrüßen dürfte und ihr dürft natürlich auch werbung machen für meinen kanal gar kein problem und dann sage ich ganz einfach leute lasst die tassen im schrank bleibt normal tut es nicht überreagieren bleibt daheim bleibt einfach wirklich daheim macht einfach mal eine pause von neu in eurem leben und die füße hoch legen und gut ist ja und dann gibt es natürlich leute die schniefen das tun aber sehr viele in dieser jahreszeit das ist ein ganz normaler schnupfen den wir haben und ja auch da sollte man dann mundschutz tragen damit man eben durch diese tröpfchen bildung durch niesen durch husten durch die aussprache allgemein nicht andere leute damit infiziert weil man weiß ja nicht hat man den virus oder hat man ihn nicht außer man würde geprüft aber das lassen wir mal gut sein mit dem prüfen da stänger ja schlangen vor diesen prüfstationen ja obwohl ja massenansammlungen eigentlich vermieden werden sollten also teilweise bei sich da die katze in den eigenen schwanz was wir hier treiben und deswegen sage ich füße stillhalten bleibt ruhig und genießt youtube genießt den kanal pvb ok der wird es euch danken und dann sage ich heute trio bis zum nächsten video tschüss bye bye adeviteci euer pvb ok